Guten Tag, ich bin der Patria-Fall-Beziehungs-Coach, der ist mein Videoblog und wir analysieren mal wieder eine Beziehungssituation, glaube ich. Und kannst du auch noch Fragen schicken über einen Fummel auf www.videoship.de in verschiedenen Varianten. Und meine Arbeit findest du natürlich da auch und auch Tickets für die Liebeschipp-Party. Ansonsten sind wir in Wien auch, findest du auch auf meiner Website und am 4.4. in Köln. Die Liebeschipp-Party haben auch zehn Tickets. Hol dir schnell noch eins. So, von Karinitschkula und sie schreibt, lieber Christian, vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin seit zwei Jahren Liebeschipplerin. Meine Fragen, wo ordnest du mich auf der Liebeschippskala ein? Was ist deine Wahrnehmung zu meiner jetzigen Beziehung? Noch zu toxisch? Ich bin Anfang 40 und immer von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Zwischenphasen füllt dich mit Verehrern, die meine leeren Eimer füllen. Ja gut, da brauche ich jetzt gar nicht weiterlesen, da kann ich schon mal sagen Beziehungspause. Ohne Beziehungspause würde ich fast sagen kein Weiterkommen da. Das ist immer wieder das Gleiche, wenn du ewig Single bist, dann kannst du dich gern zum Daten tragen. Also wirklich, dann kannst du dich gern zwingen zum Daten, wenn du halt eine Beziehung haben willst. Wenn du immer wieder in der Beziehung bist und eine Abdenkung nach der anderen, muss man mal mit Schumpf und Stil ausrotten. Das heißt vier bis sechs Monate Datingpause, ne? Ja, hab die Welt nicht gemacht. So, haben wir wieder Standardbiografie. Genau, mein Vater verstarb als ich sechs war. Meine Mutter ließ sich auf Stiefvater ein, der Alkoholiker war. Da haben wir den Alkoholiker. Musst man den Alkoholiker suchen? Genau, ich bin die älteste dreier Kinder, stützt meine Mutter von früh auf. Sie war eher labil depressiv, also schon, da baut sie schon die Co-Abhängigkeit auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bekam zu wenig Geborgenheit halt Liebe. Heute haben meine Mutter und ich ein gutes Verhältnis. Sie hat vor kurzem Therapie gemacht. Ja, das kann manchmal auch sehr irritierend sein, wenn deine Mutter jetzt anders ist, aber in deinem Kopf, wo das innere Kind sitzt, ist natürlich immer noch, ist unter Umständen noch nicht angekommen, ne? Mein erster Freund war Flüchtling aus der mittleren Mongolei und wohl eher narzisstisch mit Hang zum Co-Abhängigen Borderliner. War mir weder intellektuell noch sonst hier gewachsen. Ich blieb sieben Jahre bei ihm, wobei mich über 20 Mal von ihm trennte. Also, Toil-Onoff-Beziehung, nicht kompatibel, ne? Können wir jetzt schon wieder den nächsten Haken dran machen. Ich lebte in dieser Zeit in WGs, er wollte mit mir leben, ich hielt ihn auf Distanz, dennoch war ich abhängig von ihm. Also, das sind so, wenn ich jetzt auch so Begriffe höre, ist ja auch egal, ob das stimmt oder nicht. 20 Mal trennen, Borderliner, ich hielt ihn auf Distanz, konnte aber nicht ohne ihn. Da wissen wir, dass viel Chaos ist. Das ist nicht schlimm, ne? Man steht da, wo man steht, ist alles gut. Aber da ist manchmal, dann ist wirklich dieses Dating-Pause-Machen, natürlich mit meinem Programm mal arbeiten, einfach bei Modul 0 oder Modul 1 mal anfangen oder was auch immer man so an Hilfe braucht. Und ja, aber das kann man nicht ewig so weitermachen, ne? Das macht dann einfach kaputt irgendwie, ne? Er war Frauenschwarm, ging schließlich fremd und trennte sich von mir. Ja, vielleicht auch ein bisschen Ego noch mit drin. Danach ging es nahtus über in einer Beziehung mit einem intellektuell und sonst auch gewachsenen Kommilitonen. Eigentlich war es eine gute Beziehung, allerdings kifft er jeden Abend. Da haben wir schon mal die Drogen wieder. Können wir ja wieder alle sagen, Kiffen ist ganz toll. Also hatten wir gestern ja auch im Live. Kann ja sein, dass das viel sicherer ist. Aber was soll ich sagen, Eiscreme ist auch sicher und hat keine Drogenwirkung. Dann kann man auch Eiscreme essen oder ich weiß nicht was oder Kekse oder Salzstangen. Das sind auch ein sicheres Lebensmittel. Warum unbedingt Kiffen? Wie oft ich hier, wenn ich jedes Mal, wo ich Kiffer lese in irgendeiner E-Mail, wenn ich da 10 Euro kriegen würde, wäre ich schon ein reicher Mann, glaube ich. Aber wir haben ja keine anderen Probleme als Droh. Also alles Mögliche darf man nicht mit vorgeschrieben, wie man redet und das darf man nicht, dies darf man nicht. Genau, das muss umbenannt werden. Aber Drogen erlauben, das ist mein Humor hier in Deutschland. Gut, aber das ist ein anderes Thema. So. Wie viele Leute da wo anfangen, das zu kiffen, jetzt, wo das erlaubt wird, die vorher nicht gekifft haben. Ich kann nicht drüber nachdenken. Aber ist ja alles so toll mit den Drogen. Alles super. Aber gut, ich komme vom Thema ab. So, allerdings kifft er jeden Abend, wollte nicht mit mir zusammenziehen, konnte nicht so gut näher ab. Ja, kannst du ja vielleicht auch nicht. Nur, man muss erst mal das aussortieren, wo man Kontrolle drüber hat. Und man hat oft mehr Kontrolle drüber, über die Partner, die man dann nicht mehr, wo man sagt, hey, das tut mir einfach nicht gut. Du bist hier nicht loyal. Du hast, du kippst irgendwie, was weiß ich, du futterst deine Kanarienvögel zu viel. Nee, also was auch immer. Also Sachen, die einem wirklich Probleme sind, die kann man ja erst mal aussortieren. Passt nicht, passt nicht. Und dann hat man immer noch genug mit sich selber zu tun. Aber wenn der Partner auch schon genauso, soll ich mal sagen, dramatisch, problematisch, nicht auf der Beziehungsfläche ist, kann ja sein, dass man selber auch nicht ist, aber man kann das gar nicht auseinanderhalten, weil beide irgendwie so ein Dramastück aufführen. Und deswegen ist es ganz gut, erst mal zu sagen, okay, die date ich mal nicht mehr. Und da muss man halt nette Typen date. Okay, jetzt fast übergeben. Nette, loyale Männer. Sorry. Und dann kann man immer noch gucken, wo man selber Issues hat. Aber so kannst du es ja gar nicht auseinanderhalten. So, und wollte dann auch keine Kinder, weshalb ich mich nach fünf Jahren später von dem trennte. Das geht ja alles ganz schön lang, diese Sachen. Nach einem halben Jahr mit vielen Verehrern, mit denen ich aber nicht schlief, die ich aber nutze, um mich nicht alleine zu fühlen. Ja, also bei dir ist das wirklich eine der Hauptsachen, wo du, wenn du den größten, würde ich mal vermuten, mit dem größten Hebel ansetzen willst, dann würde ich immer sagen, halte ich ein halbes Jahr fern von allen Männern, von jedweder Form von Sexualität, so gut es geht, also zumindest was andere Menschen angeht, von sexuellem Content, von Dating, von Flirten. Ja, hört sich schlimm an, ne? Aber extrem heilsam. Da kommt man immer runter von diesem Trip, was man, es ist ja alles, wie soll ich mal sagen, ich weiß, das macht auch Spaß. Also das kann auch jeder machen, was er will, wenn er sagt, hey, dann würdest du mir ja nicht schreiben, wenn man sagt, ich habe da kein Problem mit, dass ich hier, weiß ich nicht, dieses ganze Bestätigungsspiel spiele. Und ich kann das auch verstehen irgendwo, ne? Weiß ich nicht, es füllt bestimmt auch eine Menge, ich schreibe es ja selber, erfüllt eine Menge Löcher, Abwechslung. Aber es hat halt Konsequenzen, also hier zumindest auch wieder. Und ja, ich sage ja gar nicht, du sollst keine Partner haben oder so, aber einfach mal sechs Monate. Aber dann, das funktioniert nur, wenn ihr wirklich kompletten Cut macht, ne? Kein Geflirte im Café, kein Sexding, den ganzen Scheiß mal lassen, ne? Es ist sehr erholsam, weil du musst dich dann um 80 Prozent, wo du dich vorher drum gekümmert hast, muss dich auf einmal nicht mehr drum kümmern. Kann man sein nice, geiles Leben starten und so weiter, ne? Ah, es geht aber noch munter weiter. Okay, da sind wir mal gespannt. Begann die nächste Beziehung mit einem aus der äußeren Mongolei, Fernbeziehung, da haben wir gewachsen, eigentlich ein guter Match, aber er war frisch geschieden, hatte kleines Kind, wollte weder zusammenziehen noch heiraten. Ja, hielt mich auf Distanz. Ja, aber du spielst dir, vielleicht hast du ja auch passive Bindungsangst, Modul 9, nur als Hinweis, aber weißt du, also man kann das dir gar nicht sagen, wie viel Distanz kommt von dir, indem du immer die Männer datest, die Distanz schaffen, wie viel Distanz schaffen die Männer, die netten Pinze, sorry, die netten Pinze vielleicht nicht, attraktiv ist ja häufig so und dann ist man halt in so einem Game, wo du aber auch mitspielst irgendwie. Zumindest was Distanz angeht, man kann ja auch Distanz herstellen, indem man jemanden datet, der Distanz herstellt. Versteht ihr, was ich meine? Ich ging dann ganz in die Mongolei, wo ich insgesamt neun Jahre blieb, was meine Karriere in meinem Berufsfeld enorm förderte. Ja, cool. Welt kennenlernen, wunderbar. Ich trennte mich dann, als ich meinen nächsten Partner kennenlernte. Das ist ja jetzt interessant. Von der Beziehung hören wir jetzt relativ wenig. Scheint ja irgendwas besser gelaufen zu sein. Das sollten wir auch mal analysieren. Was war da anders, ne? Warum schreibst du davon nicht? Warum, was war da so, ne? Okay, da hat ja mal was gelaufen. Das ist doch gut, ne? Aber hier sehen wir auch wieder keine Pause, ne? Aber wie gesagt, ist das Drama jetzt nicht nur schlecht oder so, ne? Aber jetzt auch wieder zack, Tempo, ne? Ich spieg bei ihm vier Jahre. Also was mir wirklich auffällt ist, kann man jetzt auch positiv sehen, dass das ja auch immer dann doch relativ lange hält, ne? Ich glaube, er war der einzige sicher gewonnene Mann in meinem Leben. Glaub ich nicht. Weil dann würdest du was anderes schreiben, glaube ich. Wobei er wohl etwas koabhängig war. Ja, siehste, vielleicht war er mal ein bisschen im Plus, okay. Aber er passte nicht wirklich zu mir. Er gab mir eben Geborgenheit und Zusammen... Sorry, ich muss mich gleich übergeben. Gott, ja, Geborgenheit und Zusammenleben, ne? Aber immerhin hast du es vier Jahre ausgehalten. Das ist doch super. Aber das war es auch schon. Ja, ich denke, aber okay, jedenfalls sollst du dir mal aufschreiben, was du eigentlich willst. Willst du Liebe, Geborgenheit, Zusammenleben, Loyalität oder willst du Drama? Also eine Drama willst, dann Date, Kiffer und Leute, die nicht wissen, was sie wollen oder die fünf andere Frauen noch haben. Ist auch okay, wenn man sich da bewusst für entscheidet, wenn man sagt, hey, ich will ein Drama-Leben haben, ich will mit verbundenen Augen über die Autobahn gehen, ich will, ja, also im übertragenen Sinne natürlich. Echt, setzt euch hin und wenn ihr sagt, hey, das ist mein Leben, dann macht das. Jeder kann mit seinem Leben machen, was er will. Ich will das auch nicht bewerten hier, wenn man sagt, hey, ich will Action haben, ich will Liebeskummer, Wein, Versöhnungssex, nicht verfügbare Männer daten, dass ich so richtig schön Dopamin-Kick kriege. Ja, go for it, ne? Aber hier schreibst du halt so, das war es auch schon, das wirkt dann so, frage ich dich, als wenn du es nicht wertschätzen würdest, aber dann bringt es ja auch nichts, ne? Dann schlitter ich in eine richtig narzisstische Beziehung mit einem Mann aus der, also wir reden immer noch vom Ausland hier, ist ja auch egal, aus der mongolischen Oberschicht, ist natürlich nicht Mongolei bisher, und war sowohl indirekter Narzisst als auch Borderliner, kann ich das nicht beurteilen, Borderline-Narzissmus, häufige Co-Diagnose, aber müssen wir uns jetzt auch nicht so mit beschäftigen, aber jetzt sehen wir, war jetzt vorher wieder ein bisschen ruhiger, geht's wieder ins Drama, ne? Trennte mich zwei Jahre später und ging nach Deutschland zurück, diese Trennung war die schlimmste, wie an Drogenentzug, ja, aber war halt wieder Drama, ne? Danach machte ich viel Therapie, Coachingspersönlichkeitsarbeit, auch mit deinen Kursen angefangen, ich begann eine Beziehung, brauchst du wieder ab, für mich gut, weil ich hatte eher keine Trennungskompetenz, okay, dennoch, ich geriet immer noch an minuspolige Männer, ja, so schnell, hört das nicht auf, also auch wenn man es schon meint, man hat es im Kopf durchgespielt alles, dauert es immer noch ein bisschen, bis man es auch umsetzen kann, letzten Endes ist jeder Partner, mit dem du zugange bist, zeigt dir auch, wo du gerade stehst, ne? Das ist auch nicht schlimm jetzt, Also es ist ja eh kein Wettrennen hier, ne? Aber, wie gesagt, wo du auch stehst, im Sinne von, nicht auch nicht besser oder schlechter, sondern einfach, wo du stehst gerade, ne? Entdeckte man Abhängigkeit und Liebesucht, machte viele, das sagt mir jetzt, dass du auch Plus und Minus kennst, machte viele Detox-Phasen durch, baut mir immer das Geist Leben auf, gut, dann zog ich Männer an, die schon eher sicher gebunden waren, aber noch ein bisschen toxisch, also vielleicht Stufe 3, ja, also es wird hier geredet von, in meinem Umsonst-Paket, könnt ihr alle euch reinzwitschern, das erste Ding auf meiner Kursseite, Buchkapitel Toxische Beziehungen, da ist das auch mit drin, so eine Skala, und da reden wir von, die geht so von Plus 5 bis Minus 5 und zwischen Minus 2 und Plus 2 sind halt so sichere Beziehungen und ab 4, Minus 4, es geht da meistens immer auf 0 auf, sucht man sich immer, wo es auf 0 aufgeht, sind toxische Beziehungen, ich kann sagen, und das vermute ich ja auch, also schreibst du hier von Stufe 3, dass die meisten die Situation selber schätzen, also wo die dann sagen, hey, ich glaube, ich bin schon bei 2, wo ich dann sagen würde, na, vielleicht ist es doch noch 3 oder 4 irgendwie, also man denkt immer schon mal, wer weiter als man ist, und auch die Partner, die man datet, schätzt man auch häufig zu hoch ein, so, ne, aber gut, letztlich war es natürlich, mein Fortschritt dennoch, denn während ich jahrelang immer Männer hatte, die keine Kinder wollten und nicht heiraten, zusammenziehen wollten, das ist auch mein Ex-Mann und erster Freund, wollten immerhin diese, ich nenne sie mal Stufe 3 Männer, alle ein Baby und die Familie mit mir, das ist ja tatsächlich ein Fortschritt, ich wünsche mir das auch sehr, meine biologische Uhr tickt, aber ich habe bereits, habe mir bereits die Möglichkeit einer Auslandsadoption, einer Pflegemutterschaft eingetütet, Jugendamtpsychologen, Auslandsadoptionsvermittlungsstelle habe ich für fähig erachtet, ich kann also mit Mitte 40 alleine adoptieren oder Pflegekinder aufnehmen. Ja, warum nicht? Es gibt bestimmt viele Kinder, die das freut. Co-Parenting und künstliche Befruchtungsoptionen habe ich auch. Co-Parenting, also dann zieht man mit anderen leiblichen Eltern Kinder auf oder wahrscheinlich, ne. Meine Karriere und nice geiles Leben laufen überwiegend, ich kann endlich alleine sein, genieße sogar teilweise, das ist definitiv Fortschritt. Auch wenn ich immer mal wieder Angst bekomme, allein zu enden, denke ich oft, ich will keine Beziehung mehr beziehungsweise nur eine, die wirklich gesund ist, auf mich zukommt, mich nicht erschöpft. In der Freiraum und Nähe sowie Intimität statt Intensität möglich sind. Naja, du weißt ja schon, worauf man dann achten sollte. Da kann ich mir meinen biologischen Kinderwunsch kosten, den richtigen noch anzuziehen. Ja, also wie gesagt, letztlich muss jeder sein Leben so alleine durchspielen und die Entscheidung treffen. Natürlich kannst du sagen, ich will jetzt unbedingt noch ein Kind haben und sozusagen egal mit wem sozusagen, aber wenn du jetzt sagst, nee, das soll schon ein guter Vater sein, dann sollte man sich nicht unter Druck setzen. Auch wenn das vielleicht, es bringt einfach nichts. Es bringt, aber wie gesagt, ob man jetzt Kinder oder Partner höher wertschätzt, also ich will da jetzt keine Position mitziehen, das muss jeder für sich überlegen. Seit einem Jahr bin ich mit einem Mann zusammen, hätten wir einen Heiratsantrag gemacht. Also bei dir ist auf jeden Fall immer was los. Da kann man nichts sagen. Wir wollen in zwei Monaten mit künstlicher Befruchtung starten. Okay, ich kenne jetzt nicht so die Begleitumstände. Hätte ich mich jetzt sonst erstmal gefragt, warum probiert er es denn nicht erstmal normal? Aber vielleicht gibt es medizinische Gründe, keine Ahnung. Kommunikation okay, trotz Fernbeziehung, er ist zugänglich emotional, kann sich entschuldigen, nur selten ist er verletzt und zieht sich zurück. Bin mir nicht sicher, ob es nicht doch etwas toxisch ist oder einfach nicht zu mir passt oder ist es passive Bindungsangst? Also das kann ich schon gleich sagen, hört sich an, die passive Bindungsangst, weil wir haben ja jetzt nichts Negatives gehört. Also klar, wenn du natürlich jetzt gerade auch eine Partnerschaft hast, dann ist das natürlich ein bisschen hinfällig, was du am Anfang gesagt hast. Man soll sich natürlich jetzt nicht von dem trennen, nur damit du mal sechs Monate alleine bist. Aber würde ich, falls das nur auseinander gehen sollte, wünschen wir dir natürlich nicht. Solltest du das auf jeden Fall machen, aber jetzt, wenn das nicht passt, dann passt das natürlich jetzt nicht. Da muss man es so hinkriegen. Er will zusammenziehen, mir graut es davor. Das hört sich sehr nach passive Bindungsangst an, aber so richtig. Er möchte, dass ich ihn besuche am Wochenende, ich lieber in meiner Stadt bleiben. Ja, jetzt haben wir, das ist das Problem halt immer. Jetzt haben wir, wird das Ganze wieder umgekehrt. Jetzt bist du ein Minuspol, ne? Und, also das Ziel ist, in die Mitte zu kommen. Also das ist jetzt, auch wenn das viele vielleicht noch nicht, erlebt haben, ist jetzt gar nicht so eine große Kunst, zwischen Plus und Minus, so krass zu wechseln, so, ne? Also das ist schon gut, dass sich da merkt, das Muster löst sich irgendwie auf. Man hat nicht immer nur eine Seite, so, ne? Aber, ja, das Ziel ist wirklich, in die Mitte zu kommen, ne? Er hätte am liebsten gerne dreimal täglich Sex, möchte viel körperliche und räumliche Nähe. Ach, das ist ja schlimm. Ich brauche das alles viel weniger. Ja, aber nur, weil er verfügbar ist. Das ist halt das Problem, wenn er jetzt wieder kiffen würde und sich nur um seine Playstation kümmern würde, dann wärst du wieder, ne? Ich meine, auf jeden Fall wäre auch für dich mal ein neues Buch, was dann mal irgendwann rauskommt. Lange lebe die Liebe, wird das übrigens heißen. Also da gibt es auch genau um solche Fälle. Was macht man da? Da geht es jetzt ein bisschen darum, die Beziehung auch wieder so ein bisschen anzutoxen, aber weil du das schon in deinem ganzen Leben hattest ja, ist ja auch egal, was in dem Buch dann steht, aber, ja, ich lese mal weiter. Interesse an Kunst, Kultur, Reisen, Politik, Literatur hat er kaum, ich sehe. Ja gut, aber irgendwas muss es ja sein, was recht zusammengebracht hat. Ihm reicht es, zu Hause zu sein, sein Zweitstudium abzuschließen. Er hat kaum Work-Life-Balance, Tendenz Workaholic, aber immerhin hat er einen Job und ist von einer in die nächste Beziehung. Okay, das haben wir das Gleiche ja noch bei deinem Partner, okay. Vielleicht ist er auch zu plüssig, vielleicht geht dir das auf den Nerv, ne? Vielleicht ist er zu plüssig, das ist halt das Problem, dass man immer wieder wechselt zwischen so krassen Minuspolen, funktioniert nicht, natürlich mal krasse Pluspole, funktioniert nicht, ne? Äh, gut. Äh, hat langjährige Beziehung, dazwischen, immer mal sechs Monate Pausen. Okay, das ist ja noch, das ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, er ist auch, ähm, also Migrationshintergrund, gut, spielt sie glaube ich nicht so eine Rolle. Er ist, äh, teilweise passiv-aggressiv, das ist natürlich nicht so gut. Ähm, hat sich siebenmal von mir getrennt, okay, da, gut, bin ich schon raus, sag ich gleich. Next. Äh, obwohl er Trennung wirklich ausgesprochen hat, Anfrischstrichen, Borderliner, ähm, ja, da, also da ist klar, das ist jetzt so eine Mail zu kurz, ich weiß es nicht, vielleicht bist du ja manchmal auch, ich weiß es nicht, bist du schwierig in der Beziehung, also du schreibst das relativ wenig von dir, so. Ähm, aber ist wieder das Gleiche, mehr als zwei, dreimal Trennen, äh, könnt ihr vergessen, könnt ihr vergessen, ne? Nicht kompatibel, on-off, nicht, kriegt man nicht mehr in den Griff. Habt die Beziehungsregel nicht gemacht, ich überbringe nur die Nachrichten, könnt ihr gerne probieren, könnt ihr auch gerne euch Content reinziehen von Leuten, nein, muss ich nur richtig anstrengen, das funktioniert nicht, das funktioniert einfach nicht. Hab das noch nie erlebt, dass das funktioniert. Also man kann das natürlich ewig so weitermachen, aber, ähm, da wird es eben noch sieben weitere Trennungen geben, ne? Hab immer versucht, meine Grenzen zu setzen, bei mir zu bleiben, damit kann man meistens, äh, nicht immer, klar. Ich habe kaum um ihn gekämpft, er kämpfte stattdessen um mich, mir macht der, ja, vielleicht trennt er sich dann, um eine Reaktion zu kriegen von dir, aber wir sehen hier halt ganz deutlich, ähm, dass du jetzt so im Minus hängst, ne? Ich sehe es jetzt ein bisschen schwer, für mich so aus ein paar Zahlen abzulesen, ob das jetzt sein Thema auch ist, also wahrscheinlich ist es euer Beider-Thema, ne? Ähm, weil er zu niedrig ist irgendwie, und, also nicht cool genug, so, also du brauchst halt jemand, der wirklich bindungssicher ist, wirklich bindungssicher wirkt so, für die meisten, viele stellen sich immer vor, jemand, der so leicht plüssig ist, aber ein bindungssicherer Mensch ist eigentlich so, würden die meisten denken, so ganz leicht Minus, so, ne? Der ist, äh, ein bisschen abgegrenzt, autonom, aber natürlich kann er sich auch einlassen, aber das ist immer so ein klitzekleines bisschen kühler, als man sich das so vorstellt, und, ähm, das höre ich hier nicht so raus, ne? Äh, etwa kurz eine Therapie gemacht, habe er noch eine Anteile entdeckt, sich entschuldigt, aber, äh, Psychologin verliebte sich in ihn und brach die Therapie ab, alter Verwalter, was ist das für ein Mensch? Also ich habe da gar keine Wertung, es ist eine scheiß, äh, Situation, sagt man immer, sollte nicht passieren, aber, ähm, es menschelt halt, ähm, aber das hört sich irgendwie komisch an, ne? Also was war denn so sein Anteil daran? Also die Psychologin kann ich jetzt keine Aussagen drüber treffen, logischerweise, äh, aber da, da würden bei mir erstmal sämtliche Alarmglocken angehen, äh, wie gesagt, ich lasse jetzt gar nicht, ist ja jetzt nichts passiert hier, aber, ähm, äh, 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 kann man jetzt auch wieder sagen, darf nicht passieren, aber, oh Gott, es passiert halt, sie bricht die Therapie ab, ne? Okay, aber warum ist es passiert, ne? Also ich meine, du kennst ihn besser als ich, ne? Ist es auch so jemand, der so, ähm, soll ich mal sagen, einen Riesenwirbel erzeugt, Menschen in sich verliebt macht, äh, das gut kann, man ist aber nicht viel dahinter, ist alles so flatterhaft, du hast ja schon ein paar Mal gesprochen von so Männern, die so flatterhaft sind und hört sich für mich wieder so ein bisschen so an, Vielleicht ist er ein bisschen mehr ein Plus, ne? Aber, also ich will auch nicht sagen, dass es da nicht Entwicklung gibt, also die gibt's bestimmt, ne? Irgendwie hast du das Gefühl, du hast dein Leben mehr im Griff, aber, es dauert immer meistens viel länger, als man denkt, äh, bis man dieses Muster so mit Schirmwunschstil ausgerottet hat, ne? Also, also du siehst es immer an den Typen, die du datest, also das hört sich, das ist auch, wie gesagt, keine Wertung, das ist auch nicht schlimm, wenn man das in einem Leben nicht schafft, vielleicht braucht man noch ein zweites und drittes Leben dafür, keine Ahnung, sagen, ähm, es ist wie es ist, ne? Aber, ähm, wir gehen ja mal davon aus, dass es möglich ist, aber es braucht immer so ein bisschen, also ich hab wirklich so das deutliche Gefühl, du bräuchtest mal eine Beziehungspause, wirklich, ähm, aber ich will dich da jetzt nicht, musst du wissen, ob du das jetzt, aber ich meine, siebenmal Trennung ist eh, aus meiner Sicht, in meiner Glaskugel, aber wir gucken noch mal nach, wir gucken noch mal nach, wir gucken noch mal nach, ich gucke noch mal hier mein schlaues Buch an, so, was haben wir hier, Anfang 40, warte mal, Partner aus der Mongolei, okay, haben wir, und dann warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Trennungen, ja, kann man vergessen, alles klar, ja, ich glaub, das wird nix mehr, ähm, er fühlt sich oft schuldig, geht über seine Grenzen, vielleicht ist er bipolar, ja, also meine, guck dir mal an, also allein in dieser Mail, ich, ich, wie gesagt, das sind alles keine Wertungen, also Menschen haben Probleme, so, aber du suchst sie auch aus, ne, also wie oft haben wir jetzt hier gehört, Borderline, narzisstisch, bipolar, kiffen, ist das nicht vielleicht dein Liebeschip, ne, und es ist vielleicht nicht wieder was, was da doch ein bisschen mehr reinfällt, als dir lieb ist, ja, und, hat vor kurzem Therapie gemacht, das heißt ja immer nicht, das ist eine schöne Information, aber das, das Einzige, was zählt, ist eine Änderung im Verhalten, wenn die nicht da ist, ich weiß nicht, kann jemand durchs Feuer gesprungen sein, oder, keine Ahnung, auf Drogenpartys gewesen sein, oder ich weiß nicht was, das ist uninteressant, wenn sich das Walten nicht ändert, so für dich, kann es ja sein, dass für ihn sich was geändert hat, aber wenn er sich nicht anders dir gegenüber verhält, was ist gewonnen, so, ne, man überschätzt manchmal so ein bisschen, also Therapie ist ganz toll, ist super, ich weiß auch nicht, was er hier gemacht hat, untersucht, man überschätzt aber manchmal, die Bedeutung für laufende, schwierige Beziehungen, das ist so meine Erfahrung zumindest, mir macht die Beziehung wenig Spaß, ja, du bist eindeutig im Minus, er saugt mir oft Kraft, und richtig ruhig ist er nicht, ja, das glaube ich, ach so, da waren wir schon, bipolar, vielleicht ist er bipolar und seine inneren Eimer zu leer, könnte gut sein, bei dir vielleicht auch, er ist gewünscht, seine Anteile zu sehen, an sich zu arbeiten, gehen, nur bleiben, ja, hat ja mein schlaues Buch schon gesagt, aber ihr macht natürlich, was ihr wollt, aber in meinem Weltbild, könnt ihr auch den Kopf gegen die Wand schlagen, und könnt sagen, Christian hat keine Ahnung, könnt ihr alles machen, oder euch an einen von den YouClub-Coaches, wenn die irgendwie drei Wochen ein Siebenmal-Seminare gemacht haben, und die erzählen, das ist alles kein Problem, meine Erfahrung ist, Sieben-Trennung, das ist nicht kompatibel, aber, wie gesagt, ihr müsst alle eure eigenen Entscheidungen treffen, das ist, das ist immer das Wichtigste, ich glaube, dass es jemand Besseren da draußen für mich gibt, dafür bin ich überzeugt, dass meine Standards nicht so hoch sind, ja, du bist zu sehr in diesem, ich kann das, also das schwappt so richtig aus dieser E-Mail raus, dieses immer wieder, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen, in diesen toxischen Gewässern rumschwimmen, dass das schwappt so richtig raus, ist interessant, aber wird halt zu leiden, was soll ich sagen, dann bricht das ein, und ich will zurück zu der Sicherheit, Nähe und Geborgenheit, die man mir fast väterlich gibt, ja, da haben wir natürlich schon wieder, vielleicht solltest du ja auch mal, da mal, das mal mit jemand besprechen, diese Vaterwunde, die du wahrscheinlich haben könntest, ne, Vater gestorben, nächster Vater Alkoholiker, also da, nicht, dass du dir immer wieder das holst, was du, ich meine, wie gesagt, ich kann nur mal wieder sagen, das ist die typische Biografie, die, die hat manchmal das Gefühl, die 50 Prozent der Leute haben, die mir eine E-Mail schreiben, alkoholkranken Elternteil, da wirst du vielleicht auch, vielleicht musst du die auch mal, oder hast du auch schon irgendwo geschrieben, ne, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, das mal ein bisschen aufarbeiten, aber, trotzdem, was hier unsere Sachen angeht, ähm, man muss wirklich aufhören, das zu füttern, was man schon das ganze Leben gelebt hat, und ich weiß, das ist schwierig so, ne, und das kann man nicht an zwei Dates ablesen, aber wenn man schon wieder, ich würde dir raten, so alles, wenn jemand kommt, ich bin so, ich bin dramatisch, ich, oder, narzisstisch, borderline ich, bipolar, kiffen, äh, sonst irgendwie so, ist nichts gegen diese Menschen, ne, aber das, du bist ja auch nicht ganz stabil, ne, so, ähm, in deinem Liebeschiff, so, ne, und, das ist, und das ist kein, also auch wenn du manchmal schon sich gearbeitet hast, ich könnte das, ich könnte, ich könnte so, ich hätte auch große Einschränkungen an Menschen, die ich daten könnte, weil ich weiß, also ich habe das alles gut im Griff jetzt, aber, ich weiß, wenn ich damit rumspielen würde, ja, wird das Alte wieder rauskommen, so wahrscheinlich, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung, würde ich auch nicht, ähm, ausprobieren unbedingt, ähm, logischerweise, aber, ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, ähm, also du brauchst halt jemanden, der wirklich sicherer ist als du und ich habe ja eigentlich immer das Gefühl, dass, also zumindest bei dem jetzt, klingt es wieder so, als wenn du sicherer bist als er, aber du bist jetzt nicht so sicher, dass du ihn da rausziehen kannst, so, ne, ähm, aber du hast definitiv ein Thema mit Passivverbindungsangst, ne, da musst du auch ran, ansonsten datest du die Netten, ja, Netten im Sinne von nicht, nicht zu nett, sondern einfach die Männer, die sich ganz normal verhalten, äh, fokussiert sind, ruhig sind, klare Grenzen haben, äh, emotional zugänglich sind, die datest du dann nicht, ne, die siehst du gar nicht, ne, und da, da würde ich rangehen, so, aber das, alles gut, wenn das jetzt auch irgendwie besser war als vorher, aber, was soll denn dann noch mit dem Kind kriegen, mit siebenmal Trennung, oh, viel Spaß dabei, äh, ich glaube teilweise, dass es jemand Besseren gibt, ja, haben wir schon, dann bricht, ah, nee, hatten wir alles, plus das Gebi, Baby gibt er mir ja auch, ach, also jetzt mal ganz ehrlich, willst du mit jemandem ein Baby haben, von dem du dich siebenmal getrennt hast, also, was, was ist das, das wirst du alleine großziehen, oder, oder meinetwegen ein Co-Parenting, aber nicht in der Beziehung, also, wie soll das funktionieren, ne, also, wie gesagt, mach was du willst, aber das, also, du spielst ja immer noch viel mit dem Feuer, also, wenn das, äh, irgendwie in Frage kommt, ich weiß es ja nicht, äh, und du sagst, Mensch, das ist wirklich nichts für mich, dann wirklich, tu mir eingefallen, mach mal sechs Monate komplette Datingpause, ne, und, äh, auch nicht jetzt, ah, dann wird das mit dem Kind nichts oder so, also, ich glaube, du brauchst das wirklich, ne, aber es sind nur meine Meinungen, du machst, was du meinst, was du meinst, ne, ist ganz wichtig, ich finde immer eure eigene Entscheidung, ich, äh, letzten Endes, ähm, kann ich ja auch nicht in eurem Kopf reingucken, und, ähm, ja, was denkt ihr dazu, schreibt es gerne in die Kommentare, ähm, danke für die große Unterstützung gestern auf dem Live, also ihr könnt mich immer gut unterstützen, natürlich mit Abo, Kanalmitgliedschaft, oder auch so ein super Like, super Thanks, ähm, ja, vielen Dank dafür, und bis bald. Vielen Dank.